Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute schauen wir uns an, was bei dem Falcon 9-Raketenstart von Matthias Maurer alles so passiert. Viel Spaß! Ja, nochmal herzlich willkommen zur 100. Episode von Senkrechtstarter. Und als wäre das nicht allein schon ein Grund zu feiern, hat Senkrechtstarter jetzt gerade diese Woche 20.000 YouTube-Abonnenten und 1.000 Twitter-Follower erreicht. Boom! Und das mit einem Nischenthema Raumfahrttechnik. Und um das so richtig standesgemäß zu feiern, habe ich Matthias Maurer gesagt, er soll am Sonntagmorgen mal eine große Kerze anzünden. Ist natürlich Quatsch, aber ein extrem cooler Zufall. Und um eben diesen ersten Weltraumflug von Matthias Maurer mit einer Falcon 9 und einer Crew-Dang von SpaceX, darum geht's heute in der Episode. Und da der Start am Sonntag ist, dachte ich mir, ich ziehe die Montagsepisode einfach ein bisschen vor, damit ihr für den Start vorbereitet seid. Wenn du noch nie einen Raketenstart live mitverfolgt hast, fette, fette Empfehlung. Sonntagmorgen, 31.10. um 7.21. Achtung, Zeitumstellung. Ja, da soll die Falcon 9 mit Matthias Maurer abheben. Ich mache natürlich einen Livestream und bin ab 6.30 Uhr für euch online und werde eure Fragen im Live-Chat beantworten und die Technik erklären. In der Folge heute gehen wir die letzten Minuten vor dem Start durch. Und ich erzähle dir, was du bei dem Raketenstart alles miterleben kannst. Wie lange brennen zum Beispiel die Triebwerke? Welche Stufe fängt wann an zu feuern? Und vor allem, wann wird der Booster wieder landen? Und worauf sollte man bei dieser Wiederlandung achten? Wie immer bei mir findest du mehr Infos zu den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest, unter dem Video verlinkt. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Denn hier gibt es ja jeden Monat eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und samstags immer die News. Bevor wir voll in den Raketenstart einsteigen, ja hier erst nochmal kurz ein kleines Dankeschön an alle Senkrechtstarter da draußen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel mir das mit den 20.000 Abonnenten bedeutet. Wie viele von euch wissen, ist der Kanal noch zu klein, damit ich davon leben kann. Und trotzdem habe ich mich mit dem Kanal selbstständig gemacht. Das habe ich erstens gemacht, weil ich seit ich den Kanal vor zwei Jahren angefangen habe, davon überzeugt bin, dass Raumfahrt eines der größten Themen unserer Zeit wird. Und zweitens, weil ich den Glauben habe, naja, dass die Raumfahrt uns als Menschen hilft, die politischen und geografischen Grenzen der Welt hinter uns zu lassen. Raumfahrt ist so sackschwer, dass es nur machbar ist, wenn sich ganz viele Menschen zusammen entscheiden, dieses Ziel zu verfolgen. Auf Senkrechtstarter geht es um Begeisterung für Raumfahrt. Begeisterung für Visionen, Begeisterung für Technik und Naturwissenschaft und viele begeisterte Menschen, die in der Raumfahrt arbeiten und die, wie wir, von einer Zukunft träumen, in der die Menschen zu den Sternen aufbrechen. Und ihr 20.000 Senkrechtstarter da draußen seid der Beweis, dass wir Menschen eben nicht nur Nörgler sind, sondern auch für Themen brennen und wissen wollen, was hinter dem Horizont liegt. Und brennen ist das richtige Stichwort. Let's light this candle. Lass uns die Kerze anzünden. Feuriges Ende nach unten, spitzes Ende nach oben. Immer schön senkrecht bleiben. Hype. Fly safe. Hashtag Team Space. Wir fangen heute eine Minute vor dem Start an. Falls ihr hier gerade auf das Video gestolpert seid und euch interessiert, was vorher vor dem Start passiert, schaut mal in Episode 99 rein. Da gehe ich im Schnelldurchgang die letzten fünf Stunden vor dem Start durch. Und wenn du in den Kaninchenbau der Technik rund um diesen Flug abtauchen möchtest, dann habe ich dir unter dem Video eine Playlist verlinkt. Aber zum Start. Jetzt also eine Minute vor dem Start. Die Treibstofftanks des Falcon 9 Boosters gehen auf Flugdruck. Der Treibstoff, das ist verfeinertes Kerosin RP-1 für Rocket Propellant 1 und flüssiger Sauerstoff. 45 Sekunden vor dem Start bestätigt der Launch Director das Go for Launch. T-10 Sekunden vor dem Start. Das Deluge System, ein Wassersprinklersystem, wird aktiviert. Mit diesem Sprinklersystem soll ein Vorhang aus Wasser gebildet werden, der die Rakete vor dem Schall der Triebwerke schützt. Drei Sekunden vor dem Start wird das Kommando der Zündsequenz gegeben. Jetzt passiert eine ganze Reihe von Dingen parallel in jedem der neuen Merlin-1D-Triebwerke an der Basis der Falcon 9. Wenn dich die Zündung von Raketentriebwerken genauer interessiert, dann habe ich hier ein passendes Video für dich. Ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, werden die Triebwerke der Falcon 9 mit T-Tap gezündet. Das ist eine Mischung aus Triethylaluminium und Triethylboran, die bei Kontakt mit flüssigem Sauerstoff sofort zündet. Die Flamme ist dann grünlich, was man beim Start oft als kurzen grünen Blitz erkennen kann. In nur drei Sekunden müssen jetzt alle neuen Triebwerke auf nominalen Betrieb gehen. Nur wenn die Triebwerke einwandfrei laufen und genug Schub generieren, werden die Halteklammern gelöst, die die Rakete noch festhalten. Das sind eben mal 770 Tonnen Schub, die die Rakete eigentlich wegheben wollen. Sollten die Triebwerke aus irgendeinem Grund nicht richtig laufen, würden die Triebwerke abgeschaltet werden. Dass die erste Stufe der Rakete einwandfrei funktioniert, wurde diese Woche aber schon ausprobiert. Dabei wurden schon mal alle neuen Merlin-Triebwerke gezündet und für gut befunden. Etwas, das mit Feststoffboostern übrigens nicht funktioniert. SpaceX hat eine unglaubliche Erfahrung mit der Falcon 9. Der Flug jetzt am Sonntag wird der 129. Flug einer Falcon 9 seit ihrem Erstflug 2010. Zum Vergleich, die europäische Ariane 5 ist in den letzten 25 Jahren seit dem Erstflug 111 Mal gestartet. Die 770 Tonnen Schub der neuen Merlin-Triebwerke werden die über 500 Tonnen schwere Rakete vom Startpad wegheben. Die Rakete wird kurz nach dem Start leicht aufs Meer hinausdrehen. Damit sollte etwas schiefgehen, Trümmerteile nicht auf die Startinfrastruktur niedergehen. Sollte ab jetzt irgendetwas schiefgehen, würden die Hypergolen Super Draco-Triebwerke die Crew Dragon-Kapsel samt Kofferraum von der Startrampe aufs offene Meer hinaus schießen. Dort würden sich dann die Fallschirme öffnen und die Crew würde sicher im Wasser landen und dort dann von der Bodencrew geborgen werden. Dieses Rettungssystem funktioniert aber auch während des Flures. Das hat SpaceX auch schon mal eindrucksvoll getestet und dafür einen seiner Booster geopfert. Wenn du mehr über Startabbruchsysteme erfahren magst, zu dem Thema habe ich mal mit Tony ein ganzes Video gemacht. Grundsätzlich wollen wir aber erstmal nach oben. Die Atmosphäre ist nämlich noch viel zu dick, um gut auf hohe Geschwindigkeiten zu gehen. Die über 27.000 kmh, die wir für einen Orbit benötigen, können wir nicht innerhalb der Atmosphäre erreichen. Und so wollen alle Orbitalraketen erstmal Höhe gewinnen. Trotz des Senkrechtstarts baut man nicht nur Höhe, sondern auch Geschwindigkeit auf. Der Luftwiderstand aus dieser Geschwindigkeit wird bei Max-Q seinen Höhepunkt erreichen. Dieser Punkt ist für die Raketenbauer sehr interessant, weil aus diesem Luftwiderstand auch die größte Strukturbelastung auf die Rakete kommt. Schlimmer wird es nicht. Da man aber auch weiter aufwärts fliegt, nimmt nach dem Passieren von Max-Q der Luftwiderstand ab, obwohl die Geschwindigkeit immer mehr steigt. Zwar wird um diesen Punkt Max-Q tatsächlich mit dem Schub der Triebwerke etwas gespielt, damit man nicht so heftig durch Max-Q fliegt. Der Grund, warum die Rakete immer schneller beschleunigt, liegt aber daran, dass die Rakete immer leichter wird. Wie groß dieser Effekt ist, kannst du dir vielleicht besser vorstellen, wenn du weißt, dass die erste Stufe ihre etwa 500 Tonnen Treibstoff in zweieinhalb Minuten verballert. Und das ist der nächste Punkt, auf den wir gespannt während eines Starts warten. Zwei Minuten und 36 Sekunden nach dem Start wird die erste Stufe abgestellt. MECO für Main Engine Cut-Off. Bisschen irreführend sind ja schließlich mehrere Triebwerke. Fun fact, sollte im Flug eines der neuen Merlin-1D-Triebwerke ausfallen, kann die Rakete trotzdem die Mission erfolgreich zu Ende führen. Das hat SpaceX auch schon mal unfreiwillig bei einer Mission bewiesen. Das macht dann aber kein Mensch, sondern das wird wie die gesamte Rakete von mehreren Computern gesteuert. Der Start verläuft komplett automatisch. Sogar das Andocken an der Raumstation wird von einem Computer erledigt. Aber zurück zur kurzzeitig freifallenden Falcon 9. Ein extrem kritischer Punkt bei allen Raketenstarts ist die Stufentrennung. Zwei Minuten und 40 Sekunden nach dem Start wird die Rakete mechanisch getrennt. Genau an diesem Punkt wäre SpaceX beinahe Geschichte gewesen, als man bei der Falcon 1 mit der ersten Stufe in die zweite Stufe gesemmelt ist. Richtig, habe ich auch ein Video dazu. Kurz nach der Stufentrennung zündet das vakuumoptimierte Merlin-Triebwerk, das sogenannte MWAC. Hierfür wird wieder T-Tab eingesetzt, was du auch hier wieder an dem grünlichen Blitz sehen kannst. Für was der Ring gut ist, der da wegfliegt, klären wir gleich. Aber vorher gib mir doch gerne ein Feedback, wie dir das Video bis hierher gefallen hat. Zeig dem YouTube-Algorithmus, ob du gerne mehr so Videos sehen magst oder nicht. Und wenn du keine Senkrechtstarter-Folge mehr verpassen möchtest, dann abonnier gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Folge von Senkrechtstarter und samstags immer die News. Und wenn dir etwas nicht gefällt, freue ich mich natürlich immer sehr über konstruktive Kritik in den Kommentaren. Hashtag Team Space. Zurück zu dem Ring of Fire oder so ähnlich. Der Ring, der da kurz nach der Zündung wegfliegt, ist völlig normal. Der hält die Triebwerksglocke in Form. Diese Düsenerweiterung ist aus einem sehr dünnen, flexiblen Material. Das sieht man auch beim Starten, wie das so erstmal so rumwabbelt. Um diesen filigranen Blütenkelch bei Transport und Montage vor dem Start und auch während die erste Stufe noch brennt, zu schützen, gibt es diesen Ring. Wenn das Triebwerk dann läuft, wird die dünne Wand durch den Indruck des Abgases stabilisiert. Auch wenn das vakuumoptimierte Merlin, das sogenannte M-Vac-Triebwerk, auf den ersten Blick komplett anders aussieht als die neuen Triebwerke der ersten Stufe, die Kernkomponenten wie Brennkammer, Vorverbrennung und Turbopumpensatz sind ansatzweise identisch. Das ist schon witzig, oder, dass die Düsenerweiterung der zweiten Stufe fast so breit ist wie der Erststufendurchmesser, in dem ja neun Triebwerke untergebracht sind. Durch einen angepassten Düsenhals und die weitere Triebwerksglocke kann das Abgas besser geführt werden, was dann zu einer höheren Effizienz führt. Aber dazu mache ich mal ein eigenes Video. Auch das Rotglühen der Triebwerksglocke ist normal. Tatsächlich gibt das Material so Strahlungswärme an den Weltraum ab. Die Schlange, die man da um das Triebwerk sieht, ist der Abgasstrang der Turbopumpe, der seitlich in die Düsenerweiterung eingeführt wird, um bei der Kühlung zu unterstützen. Klingt komisch, ist aber so. Kühlung von Raketentriebwerken ist ein heißes Thema bei Raketen und extrem wichtig. Wenn dich das Thema Triebwerkskühlung mehr interessiert, habe ich natürlich auch dafür ein Video für dich. Aber zurück zum Falcon 9 Flug. Wir sind nur ein paar Minuten im Flug und jetzt werden kurz hintereinander mehrere sehr spannende Dinge passieren. Die Falcon 9 und die Falcon Heavy von SpaceX sind die einzigen Orbitalraketen, deren Booster wieder landen können. Während die zweite Stufe angefangen hat zu feuern, um das Dragon Raumschiff weiter Richtung Zielorbit zu schieben, befand sich der Booster im freien Flug. Nicht ganz kleine Kaltgasdüsen, also Düsen, die nicht mit einer Verbrennung arbeiten, sondern nur mit dem Entspannen von kaltem Gas, drehen den Booster kurz nach der Stufentrennung mit seinen Triebwerken entgegen der Flugrichtung. Die Waffeleisen am oberen Ende des Boosters klappen aus. Sind natürlich keine Waffeleisen, sondern Gridfins. Steuerflächen für die Steuerung des freien Files in der Atmosphäre. Noch bringen uns die Gridfins nicht, denn noch sind wir nicht in der Atmosphäre. Da der Booster nach dem Abschalten der Triebwerke sowohl horizontal als auch vertikal noch Geschwindigkeit hat, steigt der Booster weiter in der Höhe und entfernt sich auch noch immer weiter vom Startpad. Dabei zieht die Erdanziehung erbarmungslos an ihm und baut mit jeder verstrichenen Sekunde Geschwindigkeit in vertikaler Richtung ab. Irgendwann ist der Scheitelpunkt der Wurfparabel erreicht und der Booster fällt wieder zurück zur Erde. Und auch hier zieht die Erdanziehung stetig am Booster, was ihn mit jeder verstrichenen Sekunde schneller macht. Da es keine Atmosphäre gibt, oder so gut wie keine, wird der Booster beim freien Fallen jetzt sehr, sehr schnell. Wenn der Booster mit dieser hohen Geschwindigkeit ungebremst auf die Atmosphäre treffen würde, würde er aufschlagen wie etwas, das aus zu großer Höhe auf eine Wasseroberfläche fällt. Also sehr, sehr hart. Da SpaceX seinen Booster aber gerne wiederhaben möchte, wird siebeneinhalb Minuten nach dem Start durch das Zünden von drei Merlin-Triebwerken vertikal Geschwindigkeit aus dem Booster genommen. Wieder auf den grünen Blitz achten. Was ist das? Genau, das T-Tap. Der Booster ist aber trotzdem noch so schnell, dass sich heißes Plasma um ihn bildet, Funken fliegen und auch das Kamerabild an dieser Stelle gern mal einbricht. Jetzt in der Atmosphäre kann der weitere freie Fall durch die vier drehbar gelagerten Gridfins gesteuert werden. So genau, dass die Booster trotz Überschallgeschwindigkeit ein Ziel treffen können, das sich 500 Kilometer vom Startplatz entfernt befindet und mit etwa 50 mal 90 Meter deutlich kleiner ist als ein Fußballplatz. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist fake. Und als ich das dann zum ersten Mal bei der Falcon Heavy mit zwei parallel landenden Boostern gesehen habe, da dachte ich mir, ey, scheiß auf alles andere. SpaceX ist die krasseste Raumfahrtfirma der Welt. Und ich wollte verstehen, wie die es geschafft haben, so krass zu werden. Ich war begeistert und bin es bis heute. Aber bevor der Booster landet, wird 8 Minuten und 48 Sekunden nach dem Start die zweite Stufe ihrer Arbeit einstellen. Orbitalgeschwindigkeit ist hergestellt und würde jetzt nichts weiter passieren, würde die Crew und Matthias Maurer in der Crew Dragon Kapsel erstmal im Orbit bleiben. Auch die zweite Stufe würde erstmal im Orbit bleiben, bis die Atmosphäre sie so weit abgebremst hat, dass sie unkontrolliert zur Erde zurückstürzt und verglüht. Planmäßig macht sie aber einen De-Orbit Burn und stürzt dann in den Südpazifik. Da es das Zweitstufentriebwerk ist, das abgeschaltet wird, heißt dieser Punkt Seaco für Second Engine Cut-Off. Jetzt ist die Crew bis auf den kurzen Moment nach der Stufentrennung das erste Mal richtig schwerelos. Gut hinschauen, was dieses Mal als Schwerelosigkeitsindikator mitgenommen wurde. Normalerweise ist es ein Stofftier. Mein Lieblings-Zero-G-Indicator ist übrigens Baby Yoda. Und ja, ich weiß, dass der eigentlich nicht so heißt, aber man muss ja die Ungläubigen auch abholen. Keine 10 Minuten nach dem Start wird das zentrale Triebwerk des Falcon 9 Boosters für die Landung feuern. In der Szene wird dann auch von Suicide Burn gesprochen, weil wirklich in allerletzten Moment erst gebremst wird. Vorher nutzt man so viel wie möglich die Atmosphäre zum Bremsen. Warum so knapp? Ja, alles was man zu früh bremst, wird an Geschwindigkeit durch den freien Fall wieder aufgebaut. So macht die Bremsung nur Sinn, wenn dann beim Aufsetzen gerade die Geschwindigkeit 0 erreicht wird. Nur weniger 100 Meter vor dem Aufsetzen werden dann die Landebeine ausgeklappt. Und hoffentlich sehen wir dann tolle Bilder von der eigentlichen Landung. Fun Fact, selbst wenn das Merlin-Triebwerk auf seinen Minimalschub heruntergeregelt ist, würde die Rakete einfach wieder abheben, wenn nicht sofort beim Aufsetzen das Triebwerk abgeschaltet wird. Ein Falcon 9 Erststufenbooster ist bei der Landung nicht in der Lage zu schweben. Und noch ein Fun Fact, der Booster heißt beim Start B 1067-2. Aber sollte die Landung klappen, wird seine Kennung auf 1067-3 geändert werden. Also stolzes Abzeichen, dass er für einen dritten Start zur Verfügung steht. Noch ein Fun Fact, wenn die Landung erfolgreich ist, wird das die 95. Wiederlandung eines SpaceX-Boosters sein. Das heißt, bevor irgendwer sonst auf der Welt auch nur versucht hat, einen orbitalfähigen Booster wiederzulanden, geschweige denn wiederzuverwenden, hat SpaceX es fast schon 100 Mal geschafft. Man darf nicht unterschätzen, wie gut SpaceX seine Raketen kennt, allein dadurch, dass sie die einzigen sind, die wissen, wie die Hardware nach einem Start aussieht. Hoffen wir, dass es auch diesmal wieder klappt. Die letzte fehlgeschlagene Landung war übrigens dieses Jahr im Februar bei einem Starlink-Start. Also es ist jetzt keinesfalls so, dass das immer klappt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der eingesetzte Booster, der bei dem Start verloren gegangen ist, also bei diesem Starlink-Start, schon sechs Starts auf dem Kerbholz hatte. Rekordhalter aktuell sind die Booster 1049 und 1051, die beide jeweils zehn Starts und zehn erfolgreiche Landungen absolviert haben. Kommen wir zurück zu Matthias Maurer und dem Crew Dragon Raumschiff Endurance. Auch die Raumschiffe sind wiederverwendbar. Wobei die bei diesem Start geflogene dritte aktive Crew Dragon Katze von SpaceX mit dem Namen Endurance ihren ersten Flug absolviert, also ihren Jungfernflug. Elf Minuten und 50 Sekunden nach dem Start wird die Crew Dragon Katze samt ihrem Kofferraum, dem sogenannten Trunk, von der zweiten Stufe getrennt. Relativ zeitgleich wird die Naseverkleidung der Crew Dragon aufgeklappt, um die Star Trekker und die nach vorne gerichteten Draco-Steuerdüsen freizugeben. Mit ihren Steuerdüsen wird die Crew Dragon dann den ISS-Orbit ansteuern. Das Aufschließen zur Station und das finale Andocken dauert mehrere Stunden und wird mit Sicherheit durch SpaceX live gestreamt. Wenn ihr da Lust drauf habt, können wir uns das finale Andocken auch zusammen anschauen. Das schreibt mir einfach unter dem Video. Und hier nochmal der Hinweis, dass ich den Falcon 9 Start mit Matthias Maurer an Bord natürlich live streame und eure Fragen im Live-Chat beantworte. Ja, es ist sonntags sehr, sehr früh, aber der erste SpaceX-Flug eines Deutschen kommt halt auch nicht wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein und freue mich, wenn ihr mit mir zusammen reinschaut und diesen Flug genießt und abfeiert. Und ich kann euch versprechen, dass die Kameraeinstellungen vom Start und die Berichterstattung durch SpaceX, die werden wieder hervorragend sein. Am Montag gibt es keine neue Folge, die habe ich ja jetzt vorgezogen und mit dem Start werde ich definitiv das ganze Wochenende voll eingespannt sein. Ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz, ganz, ganz doll bei der Community bedanken. Es gibt jetzt über 20.000 Senkrechtstarter. Wenn ihr euch in diese Ultra-Community einbringen wollt, dann kommt gerne auf den Senkrechtstarter-Discord-Server und diskutiert die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt. Auf dem Senkrechtstarter-Discord ist alles vertreten. Vom Schüler, Student, Azubi, Raumfahrtingenieur, Chemiker, Astrophysiker. Ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, die wie du für Raumfahrt brennen und die dir gerne helfen, auch weiter in den Kaninchenbau Raumfahrt zu fallen. Das Ganze total toll, organisiert aus der Community heraus und moderiert und administriert durch die wunderwundervollen Mods. Vielen, vielen Dank an Patrick, Roman und Martin. Wie immer an dieser Stelle natürlich ein besonderes Dankeschön an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft monetär unterstützen. Extra nennen möchte ich da heute DJ Dem Music, Danny Neumann, Sven, Frank Mößner, Marco Kuhner, Frank Hartung, Carrie Dot und Christian 61. Ich habe es gesagt, ich bin mit dem Kanal und der Selbstständigkeit voll ins kalte Wasser gesprungen. Und ja, ihr helft durch eure monetäre Unterstützung mit, dass ich von morgens bis abends das machen kann, was ich liebe und für das ich brenne. Begeisterung für Raumfahrt in den deutschen Sprachraum tragen. Hashtag Team Space. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und Samstag ist immer die News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Dein Mo.